Was bedeutet der SCM und Magdeburg für dich? Magdeburg ist mein Haus jetzt. Das war nicht ein schwerer Wahl. Das war ganz einfach. Ich will sehr gerne, bleib zu Hause. Du warst in der ersten Saison mit 155 Feldtouren schon unter den Top 4 in der Liga. Wie schätzt du selber deine erste Saison beim SCM ein? Ein Sportler, ich bin nie zufrieden, wenn wir nicht alles gewinnen. Wir haben vielleicht den Pokal gewonnen, das war ganz schön, natürlich. Aber ich will auch sehr gerne besser sein in der Bundesliga und das ist das große Ziel dieses Jahr. Was findest du an Magdeburg besonders schön, an deiner neuen Heimat? Ich liebe Magdeburg. Ich liebe alles von Magdeburg. Ich weiß nicht, ich bin zu Hause, wie gesagt, ich bin zufrieden. Jetzt geht die Saison am Wochenende gleich wieder mit dem Pokal los. Ihr als Verteidiger, was ist dein Ziel im Pokal? Noch mal so ein Erlebnis haben in Hamburg? Natürlich, die gleiche wie letzte Jahr. Alles klar, danke. 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 Danke.